Du kommst auf ein Internat. Kein Internet, sondern ein Internat. Es ist eine Burg. Ganz alt. Richtig abenteuerlich. Sie heißt Burg Schreckenstein. Das ist ihr neues Zuhause, Stefan. Hey, wer ist das denn? Hallo Stefan, herzlich willkommen. Machst du hier mit? Er ist kein Schreckensteiner. Dann hilf ihm einer zu werden. Ist du bereit, ein wahrer Schreckensteiner zu werden? Er soll dem Rosenfelser in einen Streik spielen. Das sind die Mädchen aus dem Internat unten am See. Vor allem behaupten sie, dass der See zu Schloss Rosenfels gehört. Schrecken Sie! Gibt es Krieg? Nur Rache. Macht sie fertig. Möge die Nacht mit euch sein. Wer war das? Ein Huhn? Die sind jetzt zu weit gegangen. Das kriegen sie richtig zurück. Ketchup in unseren Schuhen. Apfelmittel ins Trinkwasser. Diese Schweine. Ist das hier üblich? Nicht in den letzten zwei Jahrhunderten. Das war eine rhetorische Frage. Was ist da eigentlich eine rhetorische Frage? Wahrscheinlich etwas speziell weibliches. Schreck, steif, schreck, steif. Keine dämlichen Streiche mehr. Nein, wir haben sie rein. Wenn es keine Mädchen wären, können sie mir fast leid tun. Aber es sind Mädchen. Was geht ab? Ey, Gymnasium! Willst ihr den Get-to-Fight-Field-Scheiß-Einwurf? Wenn mich heute jemand fragt, wie es damals war, in den 80ern, in der Pubertät, im Pott, kann ich nur sagen, was ne geile Gegend. Ich habe meine Missions in denowskiten Pfiel wie großartig. Jetzt be gucken, gel